Also, Maxim Lenindewitsch, bitte nehmen Sie die Aufgabe für Ihre beiden Ämter, damit ich diese Einzelne nicht beauftragen sollte. Also, da ist unsere Gemeinde, nicht unsere, sondern irgendwelche schwedische Gemeinde, suchen Sie Wege für Abberufung dieses Grundstücks. Jede Wege. Wenn Sie brauchen, bereiten Sie die Besprechung vor, auch mit meiner Teilnahme. Nachdem Sie alles vorbereitet haben, laden Sie mich dazu ein. Laden Sie jede Person ein, die notwendig ist. Herrn Bachner auch einladen. Also, er hat auch Einfluss darauf. Er ist doch auch ehemaliger Kandidat sozusagen, Vize-Gouverneur, soll doch auch Gewissen haben. Es ist doch alles ab seiner Geschichte während der Vorwahlkampagne, soll sich begeben. Also, ab sofort sind zwei Wochen für Bearbeitung dieser Frage zu zählen, im Protokoll also dem Akimov zu ordnen. Also, ab sofort sind zwei Wochen für Bearbeitung dieser Frage.